Links sind immer in der Videobeschreibung. So, wir wollen mal sehen, wie das bei diesen beiden Empfängern mit SSB ist. Ich bin jetzt hier in diesem Amateurfunkband, 3565 kHz, so now we have a look on SSB for both of these receivers, 3565 kHz, light on. So here we have different bandwidths, wir haben hier verschiedene Bandbreiten für SSB, 2,3, 3,0, 4,0, 3,0 wieder, 2,3, 1,2, 0,5 für CW halt, für CW. Wir nehmen mal 2,3, let's try 2,3. Fine tuning is very nice, here we have 1 kHz steps, also hier ist immer 1 kHz und hier kann man sehr genau nachregulieren, das ist ganz fantastisch. Es ist alles Metall, it's all metal, very nice. Okay. It's not a very strong signal, it's not a very strong signal, it's not a very strong signal. So here is something, I don't know what that is, but it's in USB at last. Ah, it's an RTTY, a RETI. So, now the nice thing is, das Gute ist, ich kann jetzt hier nochmal runter gehen. You can choose a narrower bandwidth. Also das ist was ich an diesem Gerät besonders schätze, diese vielen verschiedenen Bandbreiten. Das ist das, was ich best, auf dieser Receiver, alle diese verschiedenen Bandwidths. Bandwidth Hier ist ein Torquings Aber sehr Low Signals Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020